Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem National- und Ständerat. Für eine Gesetzesänderung müssen beide Kammern dem jeweiligen Thema zustimmen. Zurzeit steht die IV-Revision 6b, das Sparkonzept der IV, zur Diskussion. Der Nationalrat Christian Lohr, der selber behindert ist, möchte ein gerechtes System für Schwerbehinderte. Das heisst, die mit 60-79% Invalidität sollen geschützt werden. Im Dezember hatte der Nationalrat dem neuen Rentensystem zugestimmt, aber der Ständerat lehnte es nun ab. Die Behindertenorganisationen sind enttäuscht. Schwerbehinderte haben keine Chancen im Arbeitsmarkt, sind von der Rentenkürzung am meisten betroffen und leiden. Sie erhalten 33% weniger Rente. Zum Beispiel bei Anhin einer Rente von 1'800 Franken erhalten sie nun noch 1'296 Franken. Die Ständeratskommission entschied sich dagegen. Nun geht die Debatte zurück in den Nationalrat, die nun dieses Thema neu diskutieren und eine neue Lösung vorschlagen muss. Die Behindertenorganisationen möchten nicht durch das neue Sparkonzept der IV diskriminiert werden. Wenn das Parlament sich trotzdem entscheiden sollte, das neue Sparkonzept nicht zu unterstützen, werden die Behindertenorganisationen das Referendum ergreifen. Ein Mann, selber ein Coda, hörendes Kind von gehörlosen Eltern, hat im Stadt South Carolina USA im Haus seiner Eltern 4'850 Dollar elektronische Gegenstände und Werkzeuge gestohlen und danach das Haus in Brand gesetzt. Der 22-jährige Fletcher Edward wurde wegen schweren Diebstahls, Brandstiftung Drittengrades und versuchten Mordes an seinen Eltern verhaftet. Dies passierte am Dienstagmorgen um halb 2 Uhr. Seine schwerhörigen Eltern wurden durch den Rauch geweckt, konnten flüchten und die Notfallnummer 911 wählen. Die Polizei sagte, dass dieses Haus vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Fletcher hatte den speziellen Brandmelder für Hörgeschädigte entfernt, bevor er das Haus angezündet hatte. Eine gehörlose Person hat in der Schweiz ein Reisebüro gegründet, das Reisen für gehörlose und hörende Menschen anbietet. Im Angebot stehen Individual- und Gruppenreisen mit Dolmetscher. Ein beratendes Gespräch findet in Gebärdensprache statt zu weltweiten Angeboten wie Badeferien, Wochenendtrips, Wellnessferien und mehr. Hörende können das Angebot genauso nutzen und erhalten die Beratung in Lautsprache. Das neu gegründete Reisebüro Mobilreisen arbeitet mit dem grossen Reiseanbieter Reiselounge zusammen. Mehr dazu mit einem Klick auf den Link. Eine Forschergruppe hat im Bereich Naturmedizin Gentherapie an einer gehörlosen Maus betrieben und konnte Teilerfolge beim Hör- und Gleichgewichtssinn verbuchen. Dieses Gen kann gehörlosen Menschen hauptsächlich auch mit Sehbeeinträchtigungen wie z.B. Usher Hoffnung geben. Die Lebensqualität soll erhöht werden. Die Forschergruppe hat noch keine Tests an Menschen durchgeführt, da sich diese Gentherapie noch in der Anfangsphase befindet. Weitere Fortschritte müssen in der Forschung erst noch erzielt werden. Die Forscher befassen sich mit dem Gen USH1C, welches auch als Typ 1 des Usher-Syndroms bezeichnet wird. Sie erforschten die Haarzellen im Ohr, welche für die Gehörlosigkeit verantwortlich sind. Die neue Technik kann die Haarzellen nachwachsen lassen, damit man hören kann. Tests an der gehörlosen Maus zeigen jedoch erste Verbesserungen bei der niedrigen Frequenz. Zum Beispiel die Maus kann eine tiefe Stimme wahrnehmen. Auch der Gleichgewichtssinn konnte verbessert werden. Die Forschergruppe meint, dass sich die Gentherapie während der Schwangerschaft positiv auf die Genentwicklung auswirkt. In Amerika fand vor kurzem eine grosse Ausstellung zum Thema Internationale Elektronik 2013 statt. Verschiedene Projekte wurden vorgestellt, unter anderem eine Uhr für Gehörlose. Toninformationen werden auf dem Uhrendisplay angezeigt. Zum Beispiel während einer Autofahrt hupt der hintere Automobilist. Das Display informiert über Hubtöne oder auch über Babyschreien. Die Uhrenmarke heisst Monual. Das war's für Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Das war's für Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. WiFi Untertitelung des ZDF, 2020